Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen News-Update. Ich habe die wichtigsten News der letzten ein, zwei Tage mal ganz kurz zusammengesucht. Was ist möglicherweise oder was steht jetzt an, was hat sich in den letzten ein, zwei Tagen so getan und was könnte möglicherweise morgen schon, also am Freitag, auf uns zukommen. All das erfahrt ihr jetzt im heutigen Update-Video. Bevor wir starten, trotzdem gerne den Video schon mal ein Like da lassen, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich auch gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinjoinen. Der Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir starten direkt durch und zwar wird möglicherweise sogar gemunkelt, dass morgen der Bitcoin-ETF freigegeben wird. Ich weiß, es ist wieder auch die Headline von mir, sorry, aber es musste einfach sein. Es gibt Gerüchte darum, dass es möglicherweise morgen schon, ja, soweit ist, dass der Bitcoin-ETF zugeteilt wird oder zugesagt wird. Könnte vielleicht auch für die Abverkäufe in den letzten Tagen sprechen. Was meint ihr? Glaubt ihr wirklich, dass er morgen schon zugelassen wird? Das könnt ihr gerne schon mal unten reinschreiben. Und zwar habe ich euch da mal einen coolen Twitter-Beitrag oder X-Beitrag rausgesucht und zwar von James V. Straten oder wie auch immer er heißt. Und zwar hat er da so ein bisschen Vergleich gezogen, Grayscale Bitcoin Trust und den Bitcoin-Kurs. Normalerweise hatten wir in den letzten Monaten immer mal so, ja, eine negative Outperformance und normalerweise läuft das Ding immer ziemlich gleich. Und jetzt in den letzten Wochen, Monaten haben wir komischerweise sogar mal eine Outperformance des GBTC, also das Grayscale Bitcoin Trust gesehen. Und das hat er hier nochmal ein bisschen genauer annektiert, beziehungsweise mal ein bisschen weiter ausgeholt. Und das möchte ich euch jetzt nochmal ganz kurz durch oder vorlesen. Ich denke, GBTC ist im Moment ein besseres Signal als Bitcoin und das schon seit einer einigen Weile. Da sich die Frist für die SEC am Freitag abzeichnet, also es gibt diese Frist, weshalb vermutet wird oder auch gemunkelt wird möglicherweise, dass Grayscale hier möglicherweise der erste zugelassene Bitcoin ETF wird. Ich persönlich gehe nicht davon aus, dass das morgen schon kommt. Dafür haben wir, natürlich wir hatten ein paar Abverkäufe, aber dafür ist der Abverkauf momentan mir einerseits ein bisschen zu wenig und zweitens die Newslage würde noch nicht dazu passen. Ich rechne wie gesagt erst frühestens erstes Quartal 2024 oder zweites Quartal. Also nur meine Meinung, gerne mal Euro reinschreiben. Halten andere Spekulanten den Preis von Bitcoin niedrig? Nach meiner Meinung mit Halbierung und ETF innerhalb der nächsten sechs Monate. CZ, natürlich spielt auch wieder seine Rolle. GBTC hat einen sechs Monats, drei Monats, ein Monats und fünf Tage Zeitrahmen. BTC ist auf fast allen von ihnen unten. Also das heißt auch hier nochmal, Grayscale Bitcoin Trust performt Bitcoin aus. Bitcoin ist in der Regel 100% abgesehen von den Zeiten, in denen wir einen Drawdown im Bitcoin sehen, den Preis, was weiß ich was, was da im Endeffekt die ganze Zeit passiert ist mit FTX. Auch da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Aber seit Juni die Korrelation verloren. Also seit Juni haben wir hier eine negative Abweichung, Bitcoin Kurs zum Trust hier eben. GPT, der erste sein wird, die vor BlackRock und anderen für den Spot ETF zugelassen wird. Also man geht hier davon aus, dass dieser eben vorher zugelassen wird. Natürlich, weil es eben diesen Bitcoin Trust schon länger gibt, geht man davon aus, dass dieser auch eher gelauncht wird. Ich gehe, wie gesagt, jetzt noch nicht davon aus, aber es wird eben gemunkelt. Unabhängig davon, ob es spät im dritten Quartal oder Anfang im vierten Quartal ist, ist in diesem Jahr ein sechsmonatiges Fenster. Der Rabatt auf bla 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 weniger als 16%, was ungefähr der gleichen Zeitraum wie bis Mitte 2021 ist. Also entweder Bitcoin Lücken bis zum GPTC Niveau seit der Divergenz, dass es im Endeffekt die Lücke gefüllt wird und Bitcoin dann exorbitant nach oben hin steigt. Ich meine, wir reden hier von knapp 40% oder der GPTC, also der Bitcoin Trust geht in Richtung Bitcoin. Eins von beiden werden wir sehen, weil die Korrelation bisher immer ziemlich straight gleich war. Außer, wie gesagt, in diesen Ausnahmesituationen. Meint ihr möglicherweise morgen kommt schon der Bitcoin ETF? Wie gesagt, ich glaube es nicht. Kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber andere News noch dazu. Und zwar ARK Invest, Caffey Wood reichte eine aktualisierte Version seines Spot ETF ein, Wochen nachdem die SEC den Antragstellern per E-Mail-Fragen zu ihren Bewerbungen geschickt hat. Also es läuft immer mehr. Das Ding wird, momentan gehen glaube ich 75 bis 80% davon aus, auch die Großen, dass dieses Ding gelauscht wird. Ob es Bullish ist, sei mal dahingestellt, kurzfristig ja, längerfristig mit einem Dump zu rechnen, gehe ich eher davon aus, dass hier auf den Nacken der Kleinanleger einfach wieder hier Money gemacht wird. Gut, ist einfach nur meine persönliche Meinung, aber es läuft. Aber dass wir morgen schon die Zulassung sehen, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Auch wenn wir diesen Text lesen und auch wenn hier im Endeffekt schön akkumuliert wird, muss man auch dazu sagen, es wird groß akkumuliert, kann ich mir nicht vorstellen, dass andere vor BlackRock, BlackRock, ich meine wir reden hier von BlackRock und Vanguard, dass hier dieser vorgezogen wird. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber wer weiß, morgen könnte nochmal ein interessanter Tag werden. So, dann gab es noch interessante Äußerungen und zwar Gerichtsprozess Sam Bankman-Fright und seiner hübschen Freundin hier, die wir alle kennen, auf die ich glaube so viele FTX-Anleger einfach einen Hass haben. Ich bin froh, damals nicht damit reingezogen geworden sein. Und zwar Sam, also SBF und Caroline, Karen, ihr wisst schon was ich meine, haben sich verschworen, um Bitcoin unter 20.000 US-Dollar zu halten, indem sie heimliche Bitcoins von Kunden verkauft haben. Richtig krass, BTC Echo hat es hier nochmal komplett aufgeschlüsselt, was da so passiert ist. Hier steht es drin, 12. Oktober 2023, Caroline Allison führte gestern am 11. Oktober ihre Zeugenaussage vor. Dabei gab sie zu, dass Alameda offenbar Manipulation am Bitcoin-Kurs vornahm, um den Preis bei 20.000 US-Dollar zu halten. Genauere Gründe nannte sie nicht. Also komplette Marktmanipulation, im Endeffekt ist es das, was jeder von uns immer vermutet, dass hier Manipulation betrieben wird. Hier nochmal festgehalten, ich vermute trotzdem, dass immer noch hier Manipulation betrieben wird. Aber das ist natürlich Oberhammer, dass es auch wirklich mal zugegeben wurde und auch viele damit bestätigt. Des Weiteren, FTX und Alameda wollten chinesische Beamte auch noch dazu bestechen. Also ihr seht, das Ding ist einfach komplett korrupt, was im Endeffekt hier einfließt. Ich werde euch natürlich alle Artikel unten nochmal verlinken, könnt ihr euch gerne durchlesen. Ansonsten, was auch noch für Aufruhr gesorgt hat, BitVM, beliebige Smart Contracts direkt auf Bitcoin umsetzen. Das war ja diese Woche, ich glaube zu Anfang der Woche, ein riesiges Thema. Boah, Bitcoin kann jetzt alles. Bitcoin kann jetzt Smart Contracts etc. pp. Cooler Artikel auch hier auf dem Blogtrainer, auch den werde ich euch natürlich da drunter verlinken. Es soll möglich sein, dass im Endeffekt Smart Contracts hier gelauncht werden auf der Bitcoin Blockchain. Und es soll im Endeffekt hier das Grundprinzip fast schon vergleichbar mit dem Sicherheitsmodell eines Lightning-Skandal. Setz mal mit BitVM nicht die auf direkte Verifizierung, sondern geht stattdessen davon aus, dass ein tatsächlicher Betrugsverlust stets von Betroffenen angefochten wird. Zur Erinnerung versucht ein Teilnehmer eines Lightning-Skanals seine Gegenüber zu betrügen, zum Beispiel ein veralterter Zustand, bla bla bla, gibt es vorab einen festgelegten Mechanismus, mit dem der Betrüger bestraft werden kann. Dieses Grundprinzip wird mit BitVM auf die Spitze getrieben. Im Idealfall finden sämtliche Berechnungen abseits des Bitcoin-Netzwerkes, also zum Beispiel direkt zwischen zwei Teilnehmern statt. Bei diesen Berechnungen kann es sich um alles Mögliche handeln. Beispielsweise könnte man eine Runde Schach spielen, bla bla bla, ist absolut unwichtig. Aber lest euch das gerne durch. Es ist auf jeden Fall oder soll möglich sein, dann im Endeffekt Smart Contracts auf Bitcoin zu launchen bzw. zu machen. Launchen ist vielleicht der falsche Begriff, aber es soll möglich sein anscheinend. Die Frage ist nur, es gab eine riesige Aufruhr. Ich meine, es gab Livestreams extra, deswegen es gab eine Menge Videos. Man muss sich aber mal hinterfragen, einerseits brauchen wir Smart Contracts, auch dahingeschissen. Ich glaube, Sunny Decree hat es oft genug gesagt in seinen Livestreams oder in seinen Videos. Das andere ist, werden andere, die bereits auf Cardano, auf was weiß ich was, was ist mittlerweile oder wo ihr über Smart Contracts machen könnt, theoretisch, werden diese ihre Arbeit da einstellen, nur um dann auf Bitcoin im Endeffekt ihre Smart Contracts dann zu überarbeiten oder dahin zu führen. Wird sich zeigen, es ist cool, aber ob man sagen müsste, okay, Bitcoin kann jetzt alles, wage ich immer noch so ein bisschen zu bezweifeln. Es ist cool, dass es geht. Es wird hier auch nochmal beim Bitcoin-Blog, wird es komplett nochmal erklärt. Also wirklich ins kleinste Detail hier, ja, wenn euch das Technische interessiert, lest euch das durch, auch diesen Artikel werde ich euch unten nochmal verlinken. Und interessant auf jeden Fall, dass es möglich ist. Ich frage mich nur, ob es wirklich, also ob es wirklich, ja, möglich sein wird dann, beziehungsweise ob es viel Sinn macht. Also wird sich dann zeigen, meiner Meinung nach, aber es ist auf jeden Fall cool, dass es möglich ist. Ob es genutzt wird, sei mal dahingestellt. Es ist ein weiterer Pluspunkt für Bitcoin, nicht nur die 21 Millionen, sondern im Endeffekt auch mit nach dem Tapu-Upgrade, was es damals schon gab, jetzt im Endeffekt das nächste mit BitVM. Also lest euch das gerne durch. Gerne mal eure Meinung dazu schreiben. Haltet ihr es für bullish? Würdet ihr es oder denkt ihr, dass wirklich große, die im Endeffekt schon woanders ihre Smart Contracts im Endeffekt erarbeiten, wirklich dann zu Bitcoin rüber wechseln. Gerne mal eure Meinung dazu reinschreiben. Und ansonsten war es das eigentlich schon wieder. Es gab nicht wirklich viele News. Es gab, wie gesagt, es sind schon interessante Dinge dabei, wie mit den Bitcoin Trust, auch das mit, ja, SBF und FTX, den ganzen Müll, was da im Endeffekt momentan noch läuft. Aber ansonsten hat sich wenigstens getan. Und für alle, die es nicht mitbekommen haben, heute Mittag nochmal, wo wir den Livestream im Endeffekt hatten, die Inflationsdaten sind höher gewesen als prognostiziert. Wir hatten hier eine Rate von 3,6 Prozent, die prognostiziert war. 3,7 ist im Endeffekt rausgekommen. Minimal höher. Die restlichen Zahlen alle ziemlich normal. EPI-Daten waren gestern auch höher. Warten wir mal ab, was da noch auf uns zukommt. Ich sehe diese ganze Sache momentan weiterhin kritisch. Wie gesagt, ganzer Konflikt nahe Osten und sowas wird sich zeigen, ob das wirklich, ja, die Inflation eindämmen wird. Ich rechne ehrlich gesagt nicht damit, aber es ist auch möglicherweise ein Grund dafür, dass früher oder später die USA wieder ihre Druckerpresse anhauen. Und da kommt nächstes Jahr eine Menge auf uns zu. Möglicher Bitcoin-ETF. Wie gesagt, ich rechne erstes, zweites Quartal damit. Wahlen haben wir in den USA, die auch noch auf uns zukommen. Mögliche neue Inflationswelle. Why not? Wer weiß das schon? Wir hatten immer zwei Peaks und dann eben das im Nahen Osten. Also, danke schon mal auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wie gesagt, gerne eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Ich bin gespannt, ob morgen wirklich etwas passiert. Und dann hören wir uns morgen früh zu einem Update-Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.